Servus und hallo, willkommen bei Luxify, bei einer neuen Weekly Session. Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Weekly Session hatten. Dazwischen war ein kleines Review über die James Bond Omega Seamaster, die 007. Und eigentlich wollte ich diesmal auch wieder über 007, über James Bond, über No Time to Die sprechen, ein bisschen über die Uhr, ein bisschen über den Film. Aber das müssen wir vertagen. Dann aufs nächste Mal, ist vielleicht auch ganz gut so, vielleicht hat noch nicht jeder von euch den Film gesehen, dann könnt ihr das jetzt noch nachholen bis zum nächsten Mal. Dann werden die Leaks ausgeplaudert, da wird gespoilert, was das Zeug hält. Nein, natürlich nicht, aber nächstes Mal sprechen wir über Bond. Dieses Mal sprechen wir über andere Dinge, die ganz frisch auf den Tisch kamen diese Woche. Und zwar über Neuheiten und Neuigkeiten der Big Three. Rolex, AP, Patek Philippe oder besser gesagt Patek Philippe, Audemars PG und Rolex in der Reihenfolge, denn wir fangen mit Patek Philippe an. Patek Philippe hat gestern neue Modelle rausgebracht, drei neue Modelle, beziehungsweise, ja, sagen wir, drei Modelle oder drei neue Variationen von Modellen, die es schon gab, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und wir sind ja immer noch im Jahr 2021, also darf das grüne Zifferblatt nicht fehlen. Und davon gibt es auch wieder einiges. Nämlich gleich bei der ersten Neuheit, das ist die 5930 P001, also eine Weltzeituhr mit Flyback-Chronograph. Und die 5930, die kam 2011 raus in Weißgold mit einem blauen Blatt. Dann gab es eine Singapur Edition, die war dann mit rotem Blatt, da gab es, glaube ich, 300 Stück von. Und jetzt also Platin mit einem grünen, handgearschierten Blatt als Ergänzung zur blauen Weißgold. Das Kaliber ist das CH28520HU, das ist ein Automatikkaliber mit Flyback-Chronograph und natürlich dieser Weltzeitfunktion. Der Flyback-Chronograph hat die zentrale Stoppsekunde und dann einen 30-Minuten-Zähler bei der 6, also man kann Zeiten bis zu 30 Minuten messen. Und der Weltzeitmechanismus, den kennt man von Patek Philipp, von den Worldtimern. Seit den 1930er Jahren gibt es den schon, der wurde entwickelt von Louis Cotier. Die Uhrzeit, die synchronisiert sich immer mit dem Städtenamen, der ganz oben steht. Und anhand dieses 24-Stunden-Rings kann man dann die anderen Zeiten ablesen, beziehungsweise hat auch dann eine Tag-Nacht-Anzeige. Und mit dem Drücker bei 10 Uhr kann man dann immer eins weiterschalten, also eine statt weiterschalten. Das ist sehr, sehr cool gemacht und funktioniert natürlich auch hier wieder so. Wir haben ein 39,5 Millimeter Gehäuse aus Platin. Und wie es sich gehört bei Patek Philipp bei den Platin-Uhren, wir haben einen Diamanten bei 6 Uhr, der im Gehäuse integriert ist. Das ist natürlich auch hier der Fall. Und das Ganze kostet 86.720 Euro. Das zweite Modell ist die 5204R. Das ist das Highlight, die Königin von Patek Philipp. Wir sprechen über einen Schleppzauber-Chronografen in Verbindung mit einem ewigen Kalender, was ganz, ganz schön ist, was ganz, ganz kompliziert ist. 5204 kam im Jahr 2012 raus in Platin. Aktuell gibt es schon zwei Rotgold-Versionen im Portfolio. Einmal mit Lederband mit einem hellen Blatt und mit Goldband mit einem schwarzen Blatt. Das hier ist jetzt die dritte Variante und die ergänzt die anderen beiden. Und die hat ein schiefergraues Blatt. Das ist echt eine schöne Kombination zu dem Rotgold. Das sieht ausgezeichnet aus, wirklich traumhaft. Das Kaliber ist das CHR 29 535 PSQ. Das ist ein Handaufzugskaliber. Hat, wie gesagt, einen ewigen Kalender. Wir haben Monat und Wochentag in Fenstern. Genauso sind die Schaltjahres- und die Tag-Nacht-Anzeige in kleinen Fenstern. Das Datum wiederum ist ein Zeigerdatum, integriert mit der Mondphase bei 6 Uhr. Wir haben die kleine Sekunde bei 9 Uhr. Und der Chronograph natürlich mit der zentralen Sekunde, mit Schleppzeiger und einem 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr. Die URM ist 40 Millimeter, ist 14,3 Millimeter hoch und kostet 267.302 Euro. Ist aber bei den Modellen natürlich nicht so, dass man einfach zum Konzessionär laufen kann und sagen kann, ich hätte die gerne. Sondern das sind Grand-Komplikations. Da wird also genau geschaut, wer kauft die jetzt oder wer möchte die haben. Und dann wird in Genf entschieden. Ich weiß nicht, ob es über Thierry Sterns Schreibtisch selbst geht, aber vielleicht schon. Weil die Dinger sind echt selten und super, super schön. So, und jetzt kommen wir zur dritten Neuheit. Und das ist echt, also wer damit gerechnet hätte, keine Ahnung. Das, also ich nicht, ehrlich gesagt. Es handelt sich um die 5905-1A001. Und Schrägstrich 1A, das sagt schon alles. Es handelt sich um ein Stahlmodell mit Stahlband. Ja, nicht schlecht. Und mit grünem Blatt natürlich oder olivgrünem Blatt. Und das Ganze ist ein Flyback-Chronograph mit Jahreskalender. Halleluja. Die 5905, die gibt es schon länger. Die wurde vorgestellt auf der Baselwald 2015. Damals in Platin mit zwei Zifferblattvarianten. Schwarz und Blau. Blau ist immer noch im Programm. Dazu gibt es eine Rotgold 5905 mit braunem Blatt. Und jetzt also Stahl mit grünem Blatt. Und mit Stahlband. Und das Stahlband, das kennen wir. Das ist nämlich das Stahlband der 5167-1A, der Aquanaut. Hat hier ein paar Unterschiede. Hat polierte Kanten. Die Rückseite ist poliert. Ansonsten aber auch satiniert innen und poliert außen. Also wie bei der Aquanaut. Das Kaliber, das ist das CH28520QA24H. Ein Automatikkaliber mit eben Flyback-Chronograph mit zentraler Stoppsekunde und 60 Minuten Totalisator diesmal bei 6 Uhr. Dort integriert ist auch noch eine Tages-Nacht-Anzeige. Die ist ganz wichtig, wenn man den Kalender stellen will. Das ist wie gesagt ein Jahreskalender. Wie der Name schon sagt, man muss ihn nur einmal im Jahr stellen. Nämlich in der Nacht zum 1. März. Weil das mit den Schaltjahren, das kriegt er nicht hin. Sonst wäre es ja auch ein ewiger Kalender. Wir haben diesen Kalender in Form von drei Fenstern hier. Die sind zwischen 10 und 2 Uhr angeordnet. Und da haben wir natürlich das Datum. Und wir haben den Wochentag und den Monat. So, und das ist für mich immer das Problem. Ich bin kein Fan dieser Anzeige, dieser Dreier-Anzeige da oben. Speziell in Verbindung mit dem Chronographen, mit unten diesem Totalisator. Weil auf mich wirkt das immer so ein bisschen, als würde die Uhr so traurig schauen. Ja, da hat man oben so das Gesicht mit den zwei Augen und unten so den Mund. So, ich bin der Jahreskalender von Patek. Ja, na gut. Aber ich finde bei dem grünen Blatt und in der Kombination schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Mein zweites Problem aber ist das Band. Weil dieses Aquanaut Stahlband, das finde ich eigentlich ganz, ganz schlimm. Ah, so eine Aquanaut an diesem Band, die geht für mich gar nicht. Ich brauche das Gummiband, aber nicht sowas. Das passt null. Lustigerweise ist es jetzt aber so, dass es hier passt. Mehr noch, das Band, das sieht eigentlich aus, als wäre es von vornherein für genau diese Uhr konzipiert worden. Das sieht so aus einem Guss aus, dass ich dachte, wow, das ist ja mal ein tolles Band. Und dann erst später gesehen habe, okay, das ist das Gleiche wie bei der Aquanaut. Das ist krass. Also hier passt es meines Erachtens perfekt. Es fällt mir wirklich gut, die Uhr. Also schicke Uhr und natürlich in Stahl der Knaller. Warum macht man das in Stahl? Also ich finde, es ist ein ziemlich kluger Schachzug gewesen, von Thierry Stern diese Uhr rauszubringen. Weil man natürlich sagt, wir gehen jetzt in die Zielgruppe, die bisher immer auf die Nautilus gezielt hat. Und zeigen denen mal, dass es noch was anderes gibt bei Patek. Das ist geschickt und es ist so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was Thierry Stern eigentlich immer sagt, von wegen, dass Patek halt nicht Stahl ist, sondern dass Patek Edelmetall ist. Da muss man jetzt denken, ja, was soll das jetzt? Aber okay, im Forum war das Wort Geniestreich. Ich denke, das trifft es ganz gut, wenn die Sache aufgeht natürlich. Wir werden sehen, wo das Modell hinwandert, auch preislich. Der Listenpreis, der Marktpreis beträgt 51.012 Euro, wie es der Marktpreis sein wird. Das werden wir sehen, ob die Uhr der Nautilus den Rang abläuft. Ich kann mir das eher nicht vorstellen, aber vielleicht nimmt es so ein bisschen Druck vom Nautilus-Markt. Keine Ahnung. Die ersten werden sicherlich durch die Decke gehen. Danach wird man sehen. Auf jeden Fall, ich finde es einen klugen Schritt. Ich finde es eine spannende Uhr. Und das Einzige, was man wissen muss, auch wenn die Uhr sehr sportlich aussieht, sie ist keine Sportuhr. Sie ist bis 30 Meter wasserdicht nur. Das heißt also, ja, eine Champagnerdusche im Niki Beach Club wird sie mitmachen. Aber wenn man danach beherzt in den Pool springen will, dann sollte man vielleicht vorher erst überlegen, ob man die Uhr vielleicht doch schnell noch auszieht und aus wunderbare Frottee-Handtuch knallt. Keine Ahnung. Das könnte ein Problem sein. Ich verstehe das auch nicht so ganz, dass man da nicht ein bisschen mehr hinkriegt oder versucht hinzukriegen. Aber gut. Sei es drum, schöne Neuheiten von Patek, einfach die sie mal so unterjährig aus dem Ärmel schütteln. Und natürlich im Forum hieß es dann auch, ja, das ist aber langweilig. Und im Grunde haben sie ja nur ins Regal gegriffen und alles Altbekannte hergezogen und da was und da was. Und das neu zusammengestellt. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite gibt es auch Hersteller, die seit Jahrzehnten das machen und gefeiert werden. Ähm, also warum nicht? Und vor allem, es sind ja unterjährige Neuheiten. Und natürlich, wenn es jetzt neue Kaliber gibt oder komplett neue Referenzen, dass man die sich natürlich für die Messe aufhebt, für die Watches and Wonders, dann ist ja auch irgendwie klar. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kommen wir zu Orma P.G. Die sind ja nicht auf der Watches and Wonders vertreten. Und deswegen haben wir uns schon daran gewöhnt, dass sie ihre Neuheiten quer übers Jahr verstreuen. Und im Gegensatz zu anderen Marken auch nicht groß ankündigen. Die stehen dann einfach auf der Homepage und keiner weiß was und denkt sich, Huch, was ist das denn für eine Uhr? Die kenne ich ja gar nicht. So ist es, so machen sie es. Ich finde es ein bisschen schade, weil das könnte man durchaus mehr zelebrieren. Aber gut, ist nicht meine Entscheidung. So jedenfalls sind gestern wieder zwei Uhren aufgetaucht, die vorher nicht auf der Homepage waren. Und die sind sehr schwer zu übersehen, denn sie sind ziemlich bunt. Und es sind nämlich zwei Royal Oak Offshore-Chronographen aus Stahl mit blauer Keramik-Lunette, mit blauen Keramik-Drückern, blauer Keramik-Krone, einem blauen Blatt mit silbernen Hilfs-Zifferblättern. So weit, so gut. Gut. Und jetzt kommt das Bunte. Es gibt zwei Versionen, Rot und Gelb. Das bezieht sich auf den Rehoring, also auf die Tachymeter-Skala, sowie auf die Zeiger des Chronographen, also die zwei kleinen und die Spitze des Sekunden, Stoppsekunde. Als auch aufs Band, aber nur aufs halbe Band. Man hat gesagt, wir kombinieren das. Die Hälfte des Bandes ist blau und die andere Hälfte ist rot oder gelb, je nach Version. Das ist mal ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ich fand es insofern witzig, weil wir hatten vor einiger Zeit in Wien, in unserem schönen Uhrenstammtisch war ein lieber User, der hat eine Panerei, glaube ich. Ja, es war eine Panerei mitgehabt. Mit zwei verschiedenen Bändern, einmal blau und einmal weiß. Und das fand ich damals schon irgendwie sehr schick und sehr lustig. Und vielleicht hat sich AP das da abgeschaut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein neuer Trend, den wir hier erleben. Jedenfalls, im Forum hat die Uhr schon einen Namen weg. Harlequin, passt ganz gut. Ja, ich denke, es wird jetzt auch kein Problem sein, bei AP eine zweite Bandhälfte in blau oder rot oder gelb zu bekommen. Und dass man das dann ein bisschen dezenter gestaltet, wird sicher möglich sein, wenn man das denn will. Das Interessante aber für mich jetzt bei dieser Neuheit war, es ist eine, ach so, Preis, 36.800 Schweizer Franken, nicht, dass ich es vergesse. 36.800 Schweizer Franken, Euro-Preis habe ich hier irgendwie leider nicht. Was wollte ich sagen? Genau, was mich gewundert hat, es ist eine Royal Oak Offshore Chronograph 44. Also die 26.400SO-Referenz. Und das ist ja eigentlich das Modell, was kürzlich abgelöst wurde von der 46.420 vom 43mm Royal Oak Offshore Chronographen mit Manufakturkaliber. Jetzt kommt nochmal einer der alten raus. Was ist da passiert? Hat man da noch Werke gefunden und Gehäuse und dachte, ach, wir machen mal eine lustige Uhr? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch nichts Verkehrtes, weil auch die alte Royal Oak Offshore Chrono war eine tolle Uhr, also warum nicht? Aber verwundern tut es trotzdem ein bisschen. Da stellt man jetzt eine neue vor und dann kommt die alte da nochmal nach. Na gut, egal wie, ist ja eh wurscht, weil kriegen tut man die ganzen Modelle ja sowieso nicht. Da kommen wir zum nächsten Thema, nämlich nicht zu einer Neuheit von AP, sondern zu einer Neuigkeit von AP. Es gibt nämlich ab nächstem Jahr drei neue Möglichkeiten, eine AP-Uhr nicht zu bekommen in Deutschland. Es gibt drei neue AP-Hauses nächstes Jahr. Und im APG eröffnet drei AP-Hauses in Deutschland. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Auch nicht gedacht hätte ich, das bisherige AP-Haus in München, das schließt. Das wird es nicht mehr geben. Wer also da gerne hingegangen ist, sollte das noch tun, solange es das noch gibt. Es wurde ja schon gemunkelt, dass es eine AP-Boutique geben wird in München. In besserer Lage, als das jetzt momentan bei dem AP-Haus der Fall ist. Aber auch das stimmt nicht. Es wird auch keine neue AP-Boutique geben. Es wird aber ein neues AP-Haus geben in München. Das wird gegenüber der Opa zu finden sein. Da haben wir auf der Ecke, haben wir ja Bucherer mit Rolex und Patek-Boutiquen. Dann ist, glaube ich, das Spatenbräu. Dann kommt die WC und irgendwo dann ein, zwei Häuser danach. Da wird das AP-Haus sein. Wie gesagt, keine Boutique. AP-Haus, sprich irgendwo wahrscheinlich im ersten Stock. Und deutlich größer als das bisherige AP-Haus. Zusätzlich wird es zwei AP-Häuser geben. Noch in Hamburg wird eins eröffnet. Und in Düsseldorf. Das erfolgt wieder in Kooperation mit Juweli Rüschenbeck. Wie das bei der Boutique in Frankfurt schon ist. Und ja, das ergibt durchaus Sinn. Wir haben dann im Norden, im Süden und im Mitte-West dann entsprechend ein AP-Haus. Es ergibt auch Sinn, dass es ein AP-Haus jeweils ist. Weil für Boutiquen braucht man Schaufenster. Und dann braucht man Uhren, die man ins Schaufenster stellen kann. Und da ist ja dann... Ja, lassen wir das. Jedenfalls, wer das AP-Haus in München kennt, der weiß, das ist super cool dort. Und sehr schöne, sehr gute Beratung und sehr angenehmes Klima. Also freue ich mich irgendwann auch mal in Hamburg und in Düsseldorf da mal reinzuschauen. Erklärt aber auch, warum AP dann ab 1.1.21 entsprechend das Händlernetz der Konzessionäre ein bisschen ausdünnt. Wenn sie selber dann halt neue Standorte entsprechend kriegen. Nichts Neues gibt es noch für Wien. Da muss man sich noch gedulden. Also Wien steht wohl recht oben, weit oben auf der Liste. Jetzt haben sich aber irgendwie Düsseldorf und Hamburg da dazwischen gedrängt. Also wird es noch ein bisschen dauern. Man sucht wohl noch nach einer Location. Ob es jetzt ein AP-Haus sein wird oder eine AP-Boutique, weiß man auch noch nicht so recht. Wir werden es erleben, 2022 dann wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich 2023. Wobei 2022 ist ja das große Jubiläumsjahr, 50 Jahre Royal Oak. Da wird ordentlich gefeiert. Also vielleicht klappt es ja doch noch nächstes Jahr mit AP in Wien. Wäre schön. Kommen wir zu Rolex. Da hat es ein paar Fragen gegeben, die mich erreicht haben seit der letzten Weekly Session. Vor zwei, drei, vier Wochen, das ist eine Weile her. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, hey, da gibt es ein neues Rolex-Modell. Rolex hat ein neues Modell rausgebracht in Titan. Eine Yachtmaster. Was weißt du darüber, kann das denn sein? Ja, das kann sein. Ist aber tatsächlich nicht so neu, wie es jetzt den Anschein macht. Denn aufmerksame Beobachter des Americas Cup konnten schon im Januar, glaube ich, bei der Pressekonferenz des Ineos UK Teams Am Handgelenk von Sir Ben Ainsley, eine Uhr entdecken, die es so nicht gibt. Eine Yachtmaster, Rolex Yachtmaster 42, die wir ja in Weißgold kennen, aber nicht in Weißgold, sondern in matt, schwarzem, was auch immer. Titan mag sein. Nein. Hätte man erkennen können, es gibt unzählige Bilder von dieser Uhr am Handgelenk. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es selbst auch nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Aber ich habe euch ja vor ein paar Sessions vorgestellt, dass Rolex Magazin Nummer 9 wärmstens ans Herz gelegt. Und hier ist die Uhr drin. Ganz offiziell von Rolex beschrieben. Da ist sie. Ja, das ist die Rolex Yachtmaster 42 in Titan. Das ist Sir Ben Ainsley, der sie trägt. Ich zeige es euch gleich nochmal von nahem. Das ist krass. Es ist jetzt die Frage natürlich, was ist das für Titan? Ist es Grade 2 Titan? Ist es Grade 5 Titan? Nein. Rolex hat eine eigene Legierung dafür. Und Rolex nennt diese Legierung Titan RLX. Ist ein geiler Name. Der könnte glatt von mir sein. Und ja, also ich habe mir gespart nachzufragen, was es genau mit der Legierung aus sich hat. Weil die Antwort kenne ich eh schon. Wie bei allen Rolex-Legierungen sind es geheime Zutaten, die die Legierung halt besonders toll machen. Was man aber sagen muss, die Uhr ist extrem dunkel, extrem matt, hat ein tolles Finish. Was man auf den Bildern sieht, sieht stark aus. Sieht wirklich stark aus. Aber nicht nur das, sie hat die Keramik-Lunette, die wir halt aus der 42er Weißgold kennen. Beidseitig drehbare Lunette, ein mattschwarzes Blatt und es fehlt das Datum. Die Uhr hat kein Datum. Ein Yachtmaster ohne Datum. Ganz cleanes Zifferblatt-Design. Also ich mag das. Ich finde das sensationell. Ebenfalls spannend ist das Band. Es ist so eine Art Velcro-Strap. Das kennen wir. Das wird durch so eine Schlaufe durchgezogen und dann mit dem Klettverschluss gehalten. Dass man es halt schnell weiter und enger machen kann. Und dass man es halt am Handgelenk oder über dem Taucher- oder in dem Fall Segleranzug tragen kann. Auch das ist eine Neuheit bei Rolex. Alles gut und schön. Aber es gibt einen Knackpunkt an der Uhr. Und das ist, sie ist ein Einzelstück. Leider, leider. Und wir erinnern uns an James Cameron und die Deep Sea Challenge. Und da weiß man, wenn Rolex Einzelstück sagt, dann meint Rolex meistens auch Einzelstück. Und dann müssen wir uns keine Hoffnung machen, dass diese Uhr irgendwie mal dann wirklich in der Form produziert wird. Leider. Schade. Hätte ich gerne gehabt. So gibt es nur eine. Die von Serbian Ainsley. Und der darf sie testen, der Glückliche. Und ist auch ziemlich happy. Es ist da auch ein Interview mit ihm in dem Magazin. Und da schreibt er auch ein bisschen was über die Uhr. Was wir aber trotzdem im Auge behalten sollten, das ist das Thema Titan. Titan RLX. Bitte ohne Bindestriche. Nicht verwechseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rolex das entwickelt, um genau eine einzige Uhr damit zu bauen. Das glaube ich nicht dran. Da wird noch was kommen. Und das ist die Frage, wann kommt da was und was kommt da. Auch mit diesem Velcro-Trap werden wir das sehen. Irgendwie an der Submariner. Oder werden wir eine Submariner in Titan sehen. Eine Sea-Dweller in Titan. Oder vielleicht doch eine Yachtmaster in Titan. Dann halt mit Datum. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommen wird. Vielleicht nicht nächstes Jahr. Vielleicht schon nächstes Jahr. Watches and Wonders, wie gesagt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und was mich als alten Rolex-Nerd natürlich interessieren würde, wie wäre die Referenznummer einer Titan-Uhr. Weil wir wissen ja, bei den Referenznummern, sei es nun fünfstellig oder sechsstellig, die letzte Ziffer, die sagt aus, was für ein Material die Uhr hat. Also 0 steht für Eusterstil, 1 steht für Eusterstil Everos Roségold, 2 steht für Eusterstil mit Platin, 3 steht für Eusterstil mit Gelbgold, 4 steht für Eusterstil mit Weißgold, 5 steht für Everos Roségold, 6 steht für Platin, 7 gibt's nicht, 8 ist Gelbgold und 9 ist Weißgold, 7, wie gesagt, gibt's nicht. Ist 7 der Platzhalter für eine Titan-Rolex? Fragen über Fragen. Dafür gibt's im Forum natürlich den Gerüchte-Thread. Da könnt ihr gerne partizipieren. Ich verlinke den euch natürlich. Könnt mir aber auch gerne hier schreiben, was ihr davon denkt. Rolex und Titan, passt das? Passt das nicht? Welche Uhr könntet ihr euch bei Rolex in Titan vorstellen? Das würde mich interessieren. Mich interessiert natürlich auch, was sagt ihr zu den anderen Neuheiten, was sagt ihr zu AP, zu den bunten Offshores, zu den neuen AP-Hauses und natürlich, was sagt ihr zu den Patek Philipp-Neuheiten? Wie gefallen die euch? Würdet ihr was davon kaufen? Wie gefällt euch, dass sie Stahl machen jetzt an einer Nicht-Sportuhr mit Stahlband und so weiter? Alles viele Themen, über die wir heute noch hier diskutieren können und wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich natürlich auch auf euer Like, wenn euch das heute hier gefallen hat. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst und wenn ihr euch benachrichtigen lasst, dann wisst ihr auch, wann es das nächste Video hier geben wird. Bis dahin wünsche ich euch, ich hoffe, ihr habt auch so tolles Wetter, wobei es schon echt kalt geworden draußen. Ich wünsche euch jedenfalls ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, habt eine schöne Zeit, gehabt es euch wohl, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!